Aviapolis ist der Projektname für ein umweltfreundliches und volksverträgliches Nutzungskonzept des Flugplatzes Tübendorf, welches die Öffnung des bisher hauptsächlich militärisch genutzten Flugplatzes für zivilen Werkverkehr und die Ansiedlung von weiteren zivilaviatischen und aviatiknahen Unternehmen vorsieht. Angefangen bei den Wartungs-, Unterhalts- und Ausrüstungsbetrieben, über Flugzeughersteller, bis hin zu in der Forschung und Ausbildung tätigen Unternehmen und Institutionen. Untertitelung des ZDF, 2020